Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video und zwar habe ich nach langer Zeit mal wieder einen Primark Haul für euch und zwar hauptsächlich für die Disney Fans. Es ist sehr, sehr viel Disney geworden dieses Mal. Es ist eine volle Tüte und dann habe ich noch eine nebendran stehen. Also es ist noch einiges gewonnen. Und soweit ich weiß, ist auch alles noch zu haben. Also ich war neulich nochmal bei Primark und habe eigentlich alles noch im Laden gesehen. Also das gibt es auch aktuell noch zu kaufen. Ja. Und ich bleibe jetzt einfach hier vor meiner Couch sitzen. Ich wollte mich eigentlich vor eine andere Kulisse setzen, aber mir läuft die Zeit davon und ich habe heute sturmfrei. Mein Mann ist mit den Kids bei der Schwiegermutter und heute habe ich endlich, endlich Zeit, wenigstens mal ein oder zwei Videos zu drehen. Also viel Zeit habe ich nicht, aber wenigstens den Primark Haul möchte ich durchbekommen, weil ich will die Sachen endlich waschen und anziehen. Deswegen, ja, würde ich sagen, wir starten auch gleich. Und zwar habe ich mir als erstes Geschenkpapier mitgenommen. Und zwar dieses hier. Einfach Silber, Hochglanz mit Minimäusen drauf. Ich fand es total cool und ich bin schon mehrfach dran vorbeigelaufen und habe immer gedacht, nein, du brauchst das nicht. Muss nicht sein. Aber jetzt habe ich so viel Disney eingepackt, da habe ich gesagt, komm, was fällt jetzt das Geschenkpapier noch ins Gewicht? Nimm es mit. Ja, und es hat 2,50 Euro gekostet und ich habe es mir zweimal mitgenommen. Ich werde es allerdings zu dem anderen Geschenkpapier erst mal legen. Aktuell brauche ich es nicht. Bei uns ist die Geschenkesaison für die Kinder jetzt erst mal rum. Alle unsere großen Geburtstage fallen in die zweite Jahreshälfte und Weihnachten ist auch vorbei. Deswegen, ich werde es jetzt erst mal horten für nächstes Jahr. Aber ich wollte es unbedingt mitnehmen, denn ich finde es richtig, richtig schön. Ja, dann habe ich noch was Dekoratives gekauft. Und zwar eine Lichterkette. Eine 40er LED Lichterkette in knallepink. Ich weiß noch nicht, was ich damit machen soll. Die ist, ich glaube, 4,1 Meter steht da. Kabellänge, 4,1 Meter. Ja, auf jeden Fall ist die für Indoor und ich weiß noch nicht genau, wofür ich sie eigentlich haben will. Entweder für einen unfassbar kitschigen Weihnachtsbaum, den ich nächstes Jahr aufstelle, also so kleinen 90er Baum, so kleiner Dekobaum. Nicht unser Hauptbaum. Oder für Annabels Küche, weil die momentan total auf Lichterketten steht und überall Beleuchtung hinhaben möchte. Deswegen habe ich die mitgenommen. Die hat 3,50 Euro gekostet und ich habe jetzt mal ganz schnell schon mal meine Akkus reingetan, damit ich euch die zeigen kann. Ich denke, die wird krass pink sein. Schauen wir mal. Ja. Doch, relativ lang. Schauen wir mal. Ich hatte sie noch gar nicht an. Ich muss jetzt selber erst mal gucken. Oh. Oh ja, die ist wirklich knallepink. Ja, die habe ich mitgenommen. Ich weiß noch nicht, ob die in den Baum kommt oder ob ich die wirklich für Annabels Küche nehme. Ich habe keine Ahnung, weil pinkes Kabel. Müsste ich im Baum dann gucken, wie ich das einarbeite, dass das gut aussieht. Aber ansonsten geht es in Annabels neue Spieleküche. Ich fand auf jeden Fall cool, dass die so knallepink ist und ich habe gedacht, für 3,50 Euro kann ich sie mal mitnehmen. So, und dann habe ich mir noch eine dekorative Sache mitgenommen und zwar zwei Kissen. Und zwar diese hier. Mit Mickey Maus. Das ist so cool. Ich musste es einfach mitnehmen, als ich es gesehen habe. Beides ist natürlich komplett in Grau und Silber, also meine Farben. Und es sind Wendepailletten und ich liebe ja Wendepailletten. Also ich könnte mich damit ja ewig beschäftigen und da dran rumspielen. Die sind einmal in glänzend Silber und einmal in diesem matten Silber. Also richtig, richtig schön. Ich finde das so, so cool. Und dann eben noch Mickey Maus, weil Mickey Maus ja 90 geworden ist. Und das steht auch hier unten drauf. Mickys 90. Geburtstag. Also im Prinzip Mickys 90. Jubiläum. Ja, musste einfach mit. Und das Kissen ist 40x40. Und hat 9 Euro gekostet. Und es ist auch mit Reißverschluss. Das heißt, man kann es auch waschen. Und ich habe mir das, wie ihr sehen könnt, zweimal mitgenommen. Habe mich total verliebt. Musste einfach mit. Dann kommen wir jetzt mal zu den Klamotten. Und zwar habe ich diesmal hauptsächlich was für mich gekauft. Die letzten Male habe ich eigentlich nur für die Kinder gekauft. Und diesmal habe ich tatsächlich hauptsächlich für mich was eingetütet. Ja. Und es gab so viele Disney-Klamotten und eben auch so Disney-Jogging-Anzüge. Und ich liebe ja die Jogging-Anzüge. Ich mag das total gerne. Die sind super weich und bequem. Und ja, jetzt so mit den Kids zu Hause ist es natürlich immer toll. Und ich habe mir tatsächlich zwei Sets und eine Jogginghose extra mitgenommen. Und zwar habe ich mir diese Hose hier mitgenommen. Einfach in knallerot. Und überall steht Disney drauf. Und ich mag ja auch, dass diese Hosen unten dieses Bündchen haben. Also ich mag das. Ich mag das nicht, wenn die kein Bündchen haben und immer so hochrutschen. Und die kann man auch enger schnüren. Es sind überall so dicke, fette Schleifen dran. Also richtig, richtig cool. Und es gibt auch Anhänger. Ein Disney-Anhänger, wo drauf steht, für wen man das gekauft hat. In dem Fall, dass man das verschenken möchte. Dazu gab es auch einen Pullover, also ein Sweatshirt. Und das war knallerot auch. Und da stand vorne groß Disney drauf, aber in bunt. In bunten Buchstaben. Also in gelb, grün, lila. Das eine Wort eben mit verschiedenen farbigen Buchstaben. Und das war irgendwie nicht so meins. Das hat mir im Kombi nicht gefallen und mir hat auch das Sweatshirt nicht gefallen. Da habe ich mir gedacht, dann lieber mit einem schönen roten oder am besten vielleicht sogar schwarzen Shirt. Dann passt das. Die Hose hat jetzt 10 Euro gekostet und es ist eine S. Ja, ich habe sie mir erst in M geholt und habe sie umgetauscht. Weil in M war sie an den Beinen auch schön locker. Die in S sitzt jetzt halt ein bisschen enger an den Beinen. Aber in M, ich weiß nicht, hier oben, das am Bund hat nicht gesessen. Weil ich finde, wenn das zu weit ist, kann man das enger ziehen. Aber ab einem gewissen Punkt sieht es auch wieder blöd aus. Und dann im Schritt und an der Hüfte allgemein, die M saß nicht. Die saß irgendwie nicht richtig. Die sah aus wie zu groß. An den Beinen fand ich sie gut. Aber obenrum irgendwie hat mir der Sitz nicht gefallen. Deswegen habe ich S genommen. Weil S saß dann doch besser. Ja, hat mich überrascht. Weil normalerweise bei Primark diese Hosen kaufe ich mir immer größer. Aber die saßen einfach nicht. Deswegen S. Ja, das war die erste. Dann habe ich mir ein Set mitgenommen, das ich mich ja so verliebt hatte. Das war so das, was ich unbedingt haben wollte. Unbedingt. Da bin ich sogar, ich glaube noch dreimal hin und habe nach Sweatshirts geguckt, weil es dieses Sweatshirt nicht mal in meiner Größe gegeben hat. Und ich wollte es. Ich wollte es unbedingt haben. Und zwar, die Hose sieht so aus. Und zwar Susi und Strollich. So sieht die Hose aus. Ich finde die so schön. Wer mich kennt, ich liebe Susi und Strollich. Ich liebe den Film. Das ist mein Lieblingsweihnachtsfilm. Auch wenn es eigentlich kein Weihnachtsfilm ist. Aber er beginnt zu Weihnachten. Er endet zu Weihnachten. Und es ist diese kitschige Weihnacht. Die amerikanische Weihnacht. Der Schnee. Die Pferde kutschen. Die Bäume in den hohen Fenstern. Dieser Villenviertel. Also einfach so, so schön. Ich liebe Susi und Strollich. Und als ich das gesehen habe, musste ich die haben. Weil ich eben auch dieses zarte Puderhosa so hübsch fand. Und dann eben auch, dass die Hose wirklich so bedruckt ist. Mit Susi und mit Strollich. Nicht bunt, nicht kitschig. Nicht so komische Prints, die sich ablösen, sondern richtig, richtig schön. Also ich habe mich so in diese Hose verliebt. Ich musste die haben. Habe die auch in S mitgenommen. Hat übrigens auch 10 Euro gekostet. Und dann das Sweatshirt dazu. Das wollte ich halt unbedingt haben. Und das gab es nicht. Das gab es nur noch in XS. Und das war nix. Ja. Und dann hatte ich auch die Verkäuferin gefragt. Und sie hat gesagt, sie kriegen das nochmal rein. Und ich habe dann dreimal geguckt. Und dann war es endlich wieder da. Und zwar sieht es so aus. Das habe ich euch auch schon mal in einem Vlog gezeigt. Ich finde das total schön. Eben, weil es auch nicht so ein Print ist, der sich ablöst. Ich mag diese Prints nicht so gerne. Das sieht immer so ein bisschen billig aus, finde ich. Und die lösen sich halt auch manchmal beim Waschen. Das mag ich nicht. Und das ist wie so eine Tuschezeichnung. Das finde ich richtig schön. Weil die hatten auch einiges von Susi und Streulich, wo die beiden so richtig bedruckt drauf waren. Und das fand ich dann wieder irgendwie kitschig. Das hat mir nicht gefallen. Aber das, eben weil es nur so gemacht war, fand ich richtig schön. Ja. Und dann noch die goldenen Herzchen dazwischen. Ich fand das so hübsch. Also richtig schön. Und ich habe mir die Pullover tatsächlich in XL genommen. In L ging auch. Aber ich fand es in XL irgendwie besser, gerade weil die Hosen bei mir ja auch etwas enger sind. Habe ich gedacht, nehme ich so richtig schön groß die Pullover mit. Und habe mich für XL entschieden. Und ich bin so froh, dass ich den habe. Ich liebe den so sehr. Und ich freue mich, dass ich den jetzt waschen und endlich anziehen kann. Ja. Und dann habe ich noch ein Set mitgenommen. Da kam ich auch nicht dran vorbei, weil die Farbe so schön war. Ja. Und zwar Minimaus. Ich habe mir Minimaus mitgenommen. Und zwar diese Hose hier. Ich fand die Farbe so hübsch. Und dann steht hier nochmal Mini drauf. Minimaus mit einem Print. Also das ist einfach dieser Print, den ich eigentlich nicht so mag. Aber bei der Hose bin ich schwach geworden, weil ich die so süß fand. Und weil ich halt die Farbe auch richtig, richtig schön fand. Hat mir richtig gut gefallen. Musste mit. Auch 10 Euro. Und das passende Sweatshirt dazu sieht so aus. Einfach Minimaus. Ich finde es total cool. Mir gefällt das gut. Und ich finde die Farbe schön. Weil das ist nochmal anders als dieses Puderrosa. Das ist so ein, ja, das ist so ein bisschen wie so ein richtig schönes Babyrosa mit einem minimalen Touch von Apricot drin. Also richtig schön. Ich zeige euch das nochmal im Vergleich. Also es ist nicht dieselbe Farbe. Das ist wirklich so ein ganz zartes Puderrosa. Und das hat für mich so ein Babyrosa mit Apricot gemischt. Also richtig schön. Gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Und die Sweatshirts haben übrigens auch jeweils 10 Euro gekostet. Ja. Und dann, ach, noch ein Teil aus der Homeabteilung. Ich bin schon wieder schwach geworden. Also ich bin, das ist so traurig mittlerweile. Ich werde einfach immer schwach bei den Decken. Bei den Kuscheldecken. Ich finde die so, so hübsch. Und ich werde immer schwach dabei. Und es gab wieder eine neue, die ich noch nicht gesehen hatte. Und zwar wieder Aristocats und wieder diese Katze Marie. Ich fand das so, so schön. Und ich zeige euch die mal. Da war eigentlich ein Bild drauf, wo die ganze Decke zu sehen war. Aber das ist jetzt irgendwie weg. Deswegen muss ich sie jetzt mal auspacken. Und zwar sieht das Ganze so aus. Das ist das Motiv. Also richtig schön. Ich finde das so, so süß. Gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Ich habe ja schon eine Aristocats in Weiß mit Pink. Finde ich total cool. Und jetzt gab es die nochmal in diesem zarten Rosa. Und ich finde die richtig schön. Die behalten auch eben nach dem Waschen ihre flauschige Qualität. Und um Hannah da drin einzuwickeln, finde ich die ganz toll. Und Annabelle mag die auch. Und deswegen habe ich gedacht, die nimmst du dir noch mit. Das sind auch deine Farben, ne? Grau, Rosa, Weiß. Die nimmst du dir mit. Die hat übrigens 8 Euro gekostet. Und die sind, wartet mal. 1,20 mal 1,50. Also nicht die ganz kleinen Deckchen, sondern schon etwas größer. Ja. Für Hannah eigentlich noch zu groß. Keiner außer mir kommt mit den Decken klar. Meine Mutter hat sich schon beschwert. Und hat schon gesagt, hast du nichts Kleineres? Das ist ja riesig. Aber ich mag es, weil immer wenn ich sie dann anders greife oder umlege, habe ich immer noch Decke, die ich oben drüber legen kann. Bei der kleinen Decke dann ist es manchmal so, dass ich mich mit ihr hinsetze, habe sie gerade richtig zum Trinken, aber die Decke ist nicht so passend. Und dann kriege ich die nicht über sie drüber. Und bei der Decke habe ich die Probleme nicht. Da kann ich sie immer schön einwickeln. Und wenn ich es dreimal drum schlage, aber es ist genug Decke da. Deswegen, ich mag die sehr gerne. So. Dann habe ich noch Hausschuhe gekauft. Ja, es gab natürlich auch Hausschuhe von Mickey Maus. Und ich habe sie mir mitgenommen. Einfach in hellgrau mit anthrazitfarbenen Mini- und Mickey-Köpfen drauf. Also richtig, richtig schön. Eher Mickey, ne? Nichts mit Schleife. Einfach nur der Mäusekopf. Richtig, richtig toll. Und so schön weich und flauschig. Die sind innen auch schön gefüttert. Also ich mag die total gerne. Ich habe mir die jetzt mitgenommen in Größe 39 bis 42. Meine Schuhgröße ist eigentlich 38. Bei manchen Winterschuhen, geschlossenen Schuhen auch mal eine 39. Aber bei denen habe ich 39 bis 42 genommen. Weil die 38er, die sahen mit dem Futter einfach unglaublich klein aus. Und ich dachte, wenn du dann auch Socken anhast und die sollen ja kuschelig sein, nimm lieber eine Nummer größer. Und die haben gekostet 5,50 Euro. So, das war es mit Disney-Klamotten für mich. Der Rest hat nichts mit Disney zu tun. Aber ich habe noch eine Sache von Disney Baby eingepackt. Und zwar Dreieckstücher. Wieder so ein Dreier-Set für 5,50 Euro. Und es gab Bambi. Einmal dieses große Bambi. Dann dieses hier, wo Bambi draufsteht. Und das da. Ich finde das so, so süß. Ich muss das einfach mitnehmen. Ich liebe diese Dreieckstücher von Disney. Die sind so schön. Also große Liebe musste mit. Und dann habe ich mir Ohrringe gekauft. Und zwar kaufe ich mir eigentlich von Primark keinen Schmuck. Also der taugt nicht so viel, finde ich. Aber die haben natürlich unfassbar viel Weihnachtskitsch-Schmuck. Also richtig krass. Also da kann man wirklich alles kaufen. Bis Tannenbäume können am Ohr hängen. Also da gibt es alles. Und ich habe ein paar mitgenommen, das ich einfach so süß fand. Obwohl ich kein Gelbgold trage. Aber die habe ich mir für 4 Euro mitgenommen, weil ich sie einfach so cool fand. Und zwar sind das diese hier. Wie Zuckerstangen. Ich finde die so, so cool. Die musste ich einfach mitnehmen. Ich weiß nicht, hat die Kamera das jetzt erfasst oder nicht? Ja, jetzt müsst ihr es haben. Also die musste ich einfach mitnehmen. Ich fand die so, so cool. Ja, musste ich mitnehmen. Habe ich dieses Jahr total vergessen. Aber nächstes Jahr werde ich sie bestimmt tragen. Und die anderen Sachen, die ich mir gekauft habe, sind nur Tops. Und die sind alle aus der Schlafabteilung. Alles Lingerie. Denn ich habe Tops mit Spitze gesucht. Ja, weil ich oftmals tiefere Ausschnitte habe. Oder einfach nur so Jäckchen über den Tops trage. Oder sie auf Shoulder habe. Und da möchte ich, dass man die Spitze sieht. Und Tops mit Spitze sind gar nicht so leicht zu kriegen, finde ich. Und wenn, sind sie meistens relativ teuer. Ich habe mir neulich welche bei Zalando bestellt. Von Verumoda, glaube ich. Die waren auch nicht ganz günstig. Aber halt auch so schön. Und jetzt habe ich bei Primark mal geschaut. Weil ich habe eins gesehen, als ich mir die Jogginganzüge in der Schlafabteilung da geholt habe. Und da habe ich das da hängen gesehen und dachte, aha, da musst du mal gucken. Und zwar ist das dieses hier. Einfach so. Mit einer richtig schönen, breiten Spitze. Und ich finde halt die Farben auch recht schön. Und das habe ich in XS gebraucht, weil sonst war es mir tatsächlich zu weit. Dann hat es hier so blöd geschlackert. Ich hatte es nämlich erst in größer genommen. Aber hat nicht gesessen. Ich brauche es in XS. Und das hat 6 Euro gekostet. Dazu gibt es auch das passende Unterteil. Aber das habe ich mir jetzt nicht gekauft. Ich habe mir das dann lieber nochmal in einer anderen Farbe mitgenommen. Und zwar in diesem Alt-Rosé. Weil ich finde einfach die Spitze richtig schön. Die ist richtig schön breit. Sieht richtig, richtig hübsch aus. Und ich dachte mir, für 6 Euro nimmst du es mit. Und die letzten beiden Tops, die ich mir mitgenommen habe, sind tatsächlich Nachthemdchen. Jawohl. Aber ich fand sie richtig schön und geeignet für das, was ich gerne trage. Ich trage nämlich in letzter Zeit auch gerne diese Knotenpullis. Kennt ihr bestimmt. Auf einer Seite ist dieser dicke Knoten. Gehört eigentlich auf den Rücken. Aber ich finde ihn vorne schöner. Und vor allem im Winter würde ich ihn auch nur so tragen. Weil es macht nur Sinn, den Knoten am Rücken zu haben, wenn der Rücken dann auch wirklich frei ist. Dann sieht das super schön aus. Aber das geht dann auch nur im Frühling oder im Sommer. So als Eye-Catcher. Weil ansonsten ist der Rücken nackig. Und das ist im Winter... Ja, sagen wir, ich bin aus dem Alter raus, wo ich solche Experimente mache, ich ziemlich kuschelig an. Ja, gut. Und da ist auch dieses Schild dran. Hier, dass die Größen eben geändert worden sind. Könnt ihr das sehen? Jetzt habe ich die Finger davor. So. Und ich finde, Primark hat das schon relativ stark geändert. Also ich trage jetzt eine XS an Stellen, wo ich nie XS getragen habe. Also das ist schon einiges geändert worden. Und das eine Top, was ich mir mitgenommen habe, ist eben dieses hier. Das ist so richtig schön weich. Und das ist in diesem Puder-Rosa mit den grauen Ornamenten und der Spitze. Die sind auch recht lang. Ja, logisch, sind ja Nachthämpchen. Also ich mag es sehr gerne. Und ich habe es mir halt in S genommen, weil ich dachte an der Hüfte. Weil ich habe auch relativ kräftige Hüften. Und da würde ich nochmal nie eine XS nehmen. Aber in dem Fall hätte es tatsächlich besser gepasst. Also müsst ihr echt darauf achten bei Primark. Ich habe auch neulich Verwandte zu Besuch gehabt. Und die waren auch bei Primark. Und haben gesagt, also sie haben alles gekauft. Wie immer. Und haben dann daheim festgestellt, das passt überhaupt nicht. Viel zu groß. Also da müsst ihr wirklich, wirklich drauf achten. Und das zweite, was ich mir mitgenommen habe, das sieht aber wirklich nach einem Nachthemd aus, ist dieses hier. Aber ich fand das obenrum so schön. Natürlich muss es passen. Dafür muss das Oberteil, der Pulli oben drüber dann schon passen. Aber wenn das dann durchschimmert, finde ich das so, so hübsch. Und es hat auch unten wieder schwarze Spitze. Aber ich würde das jetzt nicht alleine anziehen. Da sieht es mir doch ein bisschen zu sehr nach Nachthemdchen aus. Aber mit einem Pulli drüber oder einer schönen Strickjacke. Superschön. Habe ich schon anprobiert. Gefällt mir richtig, richtig gut. Ja, meine Lieben. Das war mein kleiner Primarkall. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Ich würde mich selber einen Daumen hoch von euch freuen. Oder einen lieben Kommentar. Vorzugsweise immer lieb. Ihr könnt mir ja zum Beispiel gerne mal schreiben, wie ihr zu Disney steht. Mögt ihr Disney? Oder sagt ihr, oh ne, das geht gar nicht. Nur als Kind. Oder seid ihr so wie ich und sagt, Disney geht einfach immer sowohl die Filme als auch die Klamotten. Oder vielleicht nur Filme, Klamotten nicht. Wer weiß. Oder schreibt mir doch auch gerne mal, was euer Lieblings-Disney-Film ist. Also meiner ist, wie gesagt, Susi und Strolch. Und in der Weihnachtszeit auch die Schöne. Und das Biest liebe ich total. Also richtig, richtig schön. Ja. Dann würde ich sagen, ich verabschiede mich von euch und wünsche euch eine schöne Zeit. Und ich hoffe, wir sehen uns bald im nächsten Video wieder. Und bis dahin. Macht's gut. Ciao. Ciao.